Was geht? Willkommen zurück hier bei Mr. Weinburt auf dem Kanal. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon oder ein paar von euch. Danke an alle, die die letzten paar Tage dazugekommen sind. Wir sind über 1000 Leute in der Weinburt-Army. Ich sage das jetzt explizit, weil das noch was damit zu tun hat. Weinburt-Army mit dem Gewinnspiel, das ich euch jetzt ankündigen möchte. Und zwar möchte ich nicht irgendwie neue Abonnenten geiern dafür, weil aktuell läuft es extrem gut. Ich will jetzt keine unnötige Werbung machen. Die Abos, denke ich, kommen von alleine, weil die Qualität stimmt und ihr einfach zu geil seid. Ich werde drei 20 Euro PSN-Karten verlosen. Also nicht für jeden drei, sondern für jeden Einzelnen, der gewinnt, eine Karte. Logisch, also nicht, dass hinter einer kommt, oh du hast gesagt, du verlost drei für einen. Nein, also es bekommt am Ende dieses Gewinnspiels, das wird eine Woche bis nächsten Sonntag laufen, wird eine Karte an einen Menschen verlost. Also drei Leute kriegen eine Karte. Das werde ich mit einem Zufallsgenerator, den ich bei YouTube hier drin habe, in dem Programm, werde ich das auslosen. Was ihr dafür tun müsst, meine Leute, ist als allererstes natürlich, ich möchte, dass es für Abonnenten ist, die bei mir sind, nicht wegen dem Gewinnspiel, sondern weil sie vorher schon immer zugeguckt haben. Was ihr dafür machen müsst, um teilzunehmen, ist, am besten einfach in den Kommentaren unten drunter schreiben, das Wort Hashtag Weinwort Army. Das kommt, denke ich, richtig geil, wenn wir in der kleinen Weinwort Army hier unten richtig geil mal so richtig durchdrehen, wie als wären wir so in einer Sekte unterwegs. Und dann hätte ich noch ganz gerne, dass die Leute, die mich wirklich richtig kennen und die Videos angucken, gut, ist jetzt mehr ein Witz, aber schreibt mal bitte drunter, wie ihr zu mir gekommen seid. Was ihr so an mir findet, warum ihr bei mir seid. Und dann bitte noch alle drunter schreiben, welche Waffe ich nicht bekommen habe in den Pack Openings. Das wisst ihr ja sicherlich alle ganz genau. Und für die richtig hardcore-treuen Fans, möchte ich bitte, dass ihr in den Kommentaren noch mit reinschreibt, wie mein richtiger Name ist. Das sage ich ja öfter mal. Ja, dazu. Eigentlich, das müsste eigentlich jeder verstanden haben. Für die Leute, die neu sind und auch mitmachen möchten, möchte ich euch sagen, ich kenne die Leute ganz genau. Also bitte nicht irgendwie jetzt hier die ganze Zeit mich voll spammen. Es werden nur drei Leute gewinnen. Das wird ein faires Gewinnspiel. Ich werde hinterher dann auch das wahrscheinlich so machen, dass die Leute mir dann ein Video schicken, die drei, wo die dann praktisch aus der Post oder wie sie es auch immer kriegen, den Code irgendwie, die Karte hier, sage ich mal, in der Hand halten. Ich werde dann wahrscheinlich auch als Beweis, dass nicht irgendeiner sagt, oh, du erzählst es wieder nur, die gewinnt gar keiner. Also, ich bin kein Gammler, ich verlose die wirklich. Die sind ja auch schon, wie ihr seht, hier bei mir daheim die Karten. Ich werde jede einzelne wahrscheinlich auch noch unterschreiben, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie sage, oh, ich bin so fame, ich habe tausend Abonnenten, sondern dass jeder, der dann das Video zu mir auf den Kanal schickt, sagt, hier, die hat Mr. Weinburg signiert, die habe ich bei mir daheim hinbekommen. Ich will einfach nicht, dass es irgendwelchen Beef gibt oder irgend so ein Geeire, dass irgendeiner sagt, naja, du wird eh niemand rauskriegen, wer die gewinnt, nee, da werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Auf jeden Fall nochmal zu den Bedingungen. Natürlich, wie gesagt, man muss Abonnent sein, ist logisch. Dann natürlich auch das Wort Hashtag Weinburg Army, das wäre ganz wichtig, wenn das in den Kommentaren steht. Dann natürlich auch, welche Waffe als zweiter Punkt, die ich unbedingt immer haben wollte, aber nie gekriegt habe, bis jetzt zum Schluss letztendlich. Und dann möchte ich gerne nochmal einen echten Namen in die Kommentare haben. Ich wünsche euch jetzt allen vielen Glück. Das kleine Gameplay, was im Hintergrund läuft, lasse ich vielleicht noch zwei, drei Sekunden laufen. Danke fürs Einschalten, euer Mr. Weinburg. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.